Willkommen zu einer neuen Folge im Sales Circle Podcast. Heute ist bei mir Michael Larche zu Gast. Michael ist Vice President New Business Sales bei Dealfront und hat die letzten elf Jahre maßgeblich den Vertrieb mit aufgebaut. Und da will ich mit Michael heute drüber sprechen, nämlich wie baue ich erfolgreich Sales Teams aus. Hallo und herzlich willkommen, lieber Michael. Hi Robin, freut mich sehr, heute dabei zu sein. Michael, bevor wir in das Thema einsteigen und wir da nochmal thematisch werden, erzähl doch einmal kurz, wer bist du und was macht ihr bei Dealfront genau? Gerne, gerne. Mein Name ist Michael Larche, bin 33 Jahre alt, arbeite seit, wie du schon gesagt hast, seit bald elf Jahren bei der Firma EchoBot früher, jetzt Dealfront. Dealfront ist eine fusionierte Firma aus zwei Unternehmen, einmal EchoBot aus Deutschland und einer Firma aus Finnland, der Firma Leadfeeder, die wir letztes Jahr im August zusammengemerged haben. Und Dealfront ist eine Go-to-Market-Plattform für Unternehmen, die in Europa Business machen wollen. Das bedeutet, wir unterstützen Unternehmen, DSGVO-konform in Europa neue Kunden zu finden und diese entsprechend von sich zu begeistern. Und ihr seid jetzt also mit EchoBot damals und ihr habt natürlich jetzt den Merger beziehungsweise die Fusion mit Leadfeeder und EchoBot zusammen zu Dealfront vollzogen. Aber von damals sieben Mitarbeitern auf 350 roundabout jetzt skaliert sozusagen. Und bei dir im Sales-Team jetzt dediziert, hattest du anfangs, glaube ich, zwei Mitarbeiter und dann mittlerweile auf über 30 Mitarbeiter, die ihr skaliert seid. Korrekt? Ja, richtig. Also es ist eine relativ lustige Geschichte. Ich habe damals, als ich gestartet habe, zwei Mitarbeiter selbst angeführt, obwohl ich damals Werkstudent war. Ich hatte das Vertrauen damals zu meinem Chef bekommen, dem damaligen und jetzigen Geschäftsführer Bastian Karweg von uns, der mich damals unterstützt hat, auch innerhalb meiner ersten Zeit. Und als ich meinem Studium dann fertig war, hatte ich tatsächlich mein Team von, ich glaube damals in Summe sieben bis acht Mitarbeitern, selbst aussuchen dürfen mit ihm gemeinsam und habe dann quasi als Frischling neu gestartet. Hat damals sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe mir super viel den Arsch aufgerissen auf gut Deutsch, um da wirklich erfolgreich zu sein und viel Zeit reingesteckt. Und ich glaube aber da, es ist immer wichtig, die Zeit reinzustecken, weil das von nichts kommt nichts tatsächlich. Absolut. Und also da sind wir eigentlich schon genau im Thema, weil diese Learnings, die du da natürlich mitgenommen hast, die sind wahrscheinlich unbezahlbar für dich gewesen. Und die Chance, ein Sales-Team mit aufzubauen, die kriegt man ja auch nicht alle Tage an der Stelle. Um einzusteigen, Frage an dich, was glaubst du, ist so ein Grundstein grundsätzlich für erfolgreiche Sales-Teams? Eine Blaupause, die jeder braucht, jetzt wenn du so rückblickend drauf schaust. Ja, es gibt ja viele verschiedene Definitionen davon. Also von HubSpot gibt es zum Beispiel eine sehr gute Definition, dass Leute irgendwie neugierig sein müssen, das Thema Coachability, dass man die quasi ausbilden kann, dass die Leute resilient sind und so weiter und so weiter. Da gibt es verschiedene Sachen. Und alles ist vollkommen richtig. Also ich bin komplett d'accord, diese Eigenschaften sollte man im Sales haben. Ich finde aber eine Sache, über die wenige sprechen, ist das Thema Ownership. Und das tue ich bei mir in den Teams sehr, sehr deutlich machen, dass man quasi sowohl einen Prozess, als auch irgendwo das eigene Know-how, die eigenen Kenntnisse, wie ein Vertriebsprozess funktioniert, die Produktkenntnisse, die Sales-Skills. Und wenn man sagt, jemand anderes ist dafür zuständig, mich auszubilden, jemand anderes ist zuständig dafür, die Informationen mir zu liefern. Das funktioniert nicht. Deswegen also für mich war, sage ich mal, am Anfang habe ich es im Hinterkopf gehabt. Jetzt wird es mir immer wichtiger, mehr oder weniger in den letzten Jahren, das Thema Ownership wirklich sehr, sehr präsent da zu haben, um einfach mal zu schauen, wie sehen die Leute das Ganze an? Also man kenne dieses Wording Unternehmer im Unternehmen. Das haben wir bei uns in der Kultur sehr gut aufgebaut und haben da auch vor allem auch in den ersten Jahren da wirklich super viel Wert drauf gelegt. Bis heute natürlich. Aber damals vor allem auch die Leute, die mit mir damals das Unternehmen mit aufgebaut haben, bei mir im Sales, sind bei uns jetzt Führungskräfte. Und da herrscht ein sehr, sehr großes Vertrauen, weil man da auch wirklich in den Leuten auch wirklich das Ownership sieht. Es sind tatsächlich Unternehmer im Unternehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich jedem Team, jedem Geschäftsführer, der ein neues Team aufbauen möchte, ans Herzen legen würde, nicht nur Leute, die Sales Skills mitbringen, zu heiern, sondern wirklich die Leute, die sich dafür brennen und halt wirklich das Ganze als ihr eigenes auch sehen. Du sprichst ein Thema an. Ich glaube, ich habe vor zweiter Wochen sogar noch mal dazu einen Post selber abgesetzt, weil mir ist es in den letzten zwei Jahren jetzt auch in der Verantwortung für ein Sales Team noch mal viel bewusster geworden, auch gerade die letzten Monate, als am Anfang vielleicht unbewusst schon irgendwo auch Wert drauf gelegt habe. Weil im Sales, so ist es zum Beispiel bei uns, und mich interessiert gleich, wie du dazu stehst oder wie deine Sicht darauf ist, die Leute, die jedes Mal schauen, wer füttert mich noch vielleicht mit Informationen, wo kriege ich noch was her, die warten, dass das Leads reinkommen. Und jetzt zum Beispiel auch gerade in der Situation, wo ihr anfangs weit wart, ist es ja auch nicht so, dass ihr alles zugeflogen bekommt oder dass alles schon in den Prozess gegossen ist etc. Das heißt, du brauchst Leute, die mitdenken, die sich Lösungen überlegen etc. Und so ist es eigentlich auch bei uns zum Beispiel im Hunting. Es funktioniert nicht alles hundertprozentig. Und die Leute, die nachhaltig erfolgreich sind, sind die, die sich selber auch Lösungen überlegen, die funktionieren und nicht warten, dass sie eine Lösung zufliegt und dann vielleicht auch ihren etwas unkonventionelleren Weg gefunden haben, um erfolgreich zu sein. Ja, hundertprozentig. Das kann ich genauso unterschreiben, vor allem auch, wenn du halt ganz früh anfängst in einem Spot-up. Du hast keine Marktreputation. Keiner ruft an oder wenn du jemanden anrufst und sagst, ah ja, EchoBot kenne ich, gab es früher nicht. Also da waren wirklich quasi ein No-Name auf dem Markt und haben uns halt über die Zeit mit sehr, sehr viel Schweiß, Blut und Tränen uns irgendwo in einer gewissen Reputation aufgebaut bis letztes Jahr. Also sehr, sehr viele Leute im Dachsprach kennen einfach EchoBot auch als Namen. Fun Fact, jetzt sind wir mit Dealfront auf den Markt gekommen, auch wenn wir das ganze Marketing jetzt haben und die Leute haben und Prozesse und die Tools. Es ist aber trotzdem wie eine Art Start-up, wo du deine neue Marke positionieren möchtest mit einem neuen, umfangreicheren Produktportfolio. Also das macht das ganze Thema sehr, sehr spannend. Aber auch hier, ich unterstreiche es nochmal, Ownership für den Prozess und für alles, was man irgendwie macht, ist unheimlich wichtig, weil du kriegst einfach sonst nicht die PS auf die Straße. Sonst, wie du schon gesagt hast, du wartest. Ja, und vor allen Dingen, also eine Frage da, wie hast du einen Tipp, einen Trick, wie du es im Hiring-Prozess relativ zügig erkennst, ob die Leute genug Ownership mitbringen? Es ist, es ist, also ich frage immer Fragen, die sehr situationsbezogen sind. Also ich frage nicht, was hättest du denn gemacht, sondern was war denn das letzte Mal, als XY passiert ist? Es geht aber auch bis auf die wirklich ganz, ganz kleinen Dinge. Also ich sage dir mal etwas, was mir mal passiert ist, woran ich wirklich dann aber auch gemerkt habe, die Person, ja, das Ganze jetzt auf Basis seiner Werte, nicht mit den Werten, wie ich jetzt hier auch in meiner Company haben möchte, sich wiederfindet. Es war etwas auf dem Boden gelegen. Und es gibt Menschen, die ab und zu mal, waren es so die Momente, da haben einfach Leute etwas fallen lassen, beispielsweise, nicht gemerkt. Und ich bin dann quasi mit dem Bewerber, damals war es noch nicht virtuell, sondern war quasi auch in Persona, durchs Office gelaufen. Muss man vielleicht heutzutage echt nochmal erwähnen. Genau, das muss man erklären. Es gab auch Bewerbungsgespräche, die haben vor Ort stattgefunden, aber finden teilweise immer noch vor Ort statt. Genau, richtig. Also jetzt seit, ich glaube, drei, vier Jahren oder so, haben wir komplett auf digital umgeschwenkt und wirklich auch dann Leute auch anzusprechen, die auf der ganzen Welt quasi sitzen. Früher war es ja wirklich in Persona. Und solche kleinen Dinge hat eine Person etwas aufgehoben, wenn es auf ihrer Seite runtergefallen ist oder auf seiner Seite gelegen hat. Und es gab wirklich Leute, es ist komplett random, aber solche Kleinigkeiten, wenn du auch wirklich mit vielen Leuten sprichst, ich glaube, ich habe in den letzten elf Jahren, weil ich früher super viel selber auch im Recruiting gearbeitet habe, wahrscheinlich immer 500 bis 1000 Leute irgendwie schon interviewt oder zumindest mal in irgendeinem Bewerbungsgespräch drin gehabt. Nicht mit allen Probetage gehabt, aber viel mit den Leuten gesprochen. Das erkennt man nach einer gewissen Zeit, wie die Leute so ein bisschen tickt. Ja. Wichtig auch da so ein bisschen den Bias nicht reinzutriegen, weil das ist auch natürlich schwierig, wenn du sagst, der ist ähnlich wie der, dann muss man da ein bisschen aufpassen. Aber es sind so Kleinigkeiten wirklich. Also ist Ownership auf der Agenda oder nicht? Vor allem, es geht, also wir sind ja alle so ein bisschen gebiased und ich habe da mal mit Marvin auch von euch drüber gesprochen, aber es gibt einen feinen Unterschied zwischen, ich stelle wirklich bewusst nur Leute ein, mit denen ich gut kann, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin, oder Leute, die zu meinen Werten passen. Weil das sind zwei unterschiedliche Barschuhe und das ist mir auch aufgefallen in den letzten Jahren, das vermischen viele. Dass Werte gleichgestellt werden mit, du stellst nach dem gleichen Bias ein. Das ist nicht korrekt. Ja. Also ich denke halt vor allem, also wenn du mir jetzt wirklich zurückdenkst zu ganz früher, die Leute, die wir damals eingestellt haben, auch ob du jetzt Marvin genannt hast, es gibt auch meine weiteren Kollegen jetzt, Sascha beispielsweise bei uns, das andere SMB-Markt, Dachmarkt bei uns anführt. Die Jungs haben früher super viel gemacht, auf gut Deutsch, sich den Arsch aufgerissen und immer überperformt. Nicht nur was die Ziele angeht, aber die Erwartungen, die wir gesteckt haben. Es war ihre eigene Motivation, mehr zu machen. Ja. Aber nicht nur aus dem Hintergrund, dass man sagt, ey, weil mir jetzt da der doppelte Bonus versprochen wird oder sonstiges. Es geht darum, als Team zu gewinnen. Ja. Weil ich habe wirklich auch über die letzten Jahre gemerkt, es ist auf der einen Seite natürlich jetzt immer spannend und gut, Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite, wenn Leute es nicht nur aus der Kohle heraus machen, sondern einfach ihre Ziele erreichen, wo man gemeinsam wächst. Das ist etwas, was halt ein deutlich stärkerer Treiber ist und nicht einfach auf Basis solcher Werte. Das kriegst du natürlich super schwierig mit im Bewerbungsgespräch, aber du hast ja auch neben dem Bewerbungsgespräch auch eine gewisse Zeit, wo beide Seiten evaluieren, will man zusammenarbeiten oder nicht? Probezeit. Also viele Leute sagen ja irgendwie, hey, ich muss die perfekten Kandidaten einstellen, aber viele Sachen kannst du gar nicht so perfekt aussortieren. Wir machen schon sehr, sehr dedizierte und sehr effiziente Probetage, aber dennoch, man rutscht durch. Im Sales ist es auch immer noch so, jede Partei will sich verkaufen und die guten Sales-Leute können sich auch ganz gut verkaufen. Wollte ich gerade sagen. Aber nach einer gewissen Zeit kriegst du es mit, weil die Maske kannst du nicht lange aufhaben und da, wie du schon gesagt hast, das Thema Werte ist da, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges. Finde ich auch gut, was du sagst, weil ich habe, das ist mal lustig, diese Plattform, wo man unterschiedlich auch Sachen ausspielt, so bei TikTok, ich habe keinen Shitstorm kassiert, aber es gab relativ viele Kommentare so nach dem Motto, warum sollte ich eher auch auf das Thema Teamziele gehen, gehen im Vertrieb, es zählt doch nur Geld und sowas. Also da war auch ganz lustig, so wie man die einzelnen Plattformen miteinander vergleichen kann, was da für Kommentare und für Feedback kommt, weil ich sehe es genauso, was bringen mir 10.000, 15.000 Euro im Jahr mehr, wenn ich keinen Spaß mit den Menschen drumherum habe und das schließt nicht Geld aus, aber es ist trotzdem ein maßgeblicher Faktor, weil wenn du eine Truppe um dich herum hast, die alle Bock haben, was zu reißen, macht es viel mehr Spaß und du reist auch viel mehr am Ende des Tages, als wenn du da alleine sitzt und sagst, ja, dafür verdiene ich halt 20.000, 30.000 Euro im Jahr mehr. Du sprichst auch wiederum einen sehr guten Punkt an, also das ist warum, wir haben eine ganze Weile lang wirklich die Herausforderung gehabt, wir konnten als selbst gefundetes Unternehmen ohne großartige externe Investments, wir waren eine sehr, sehr lange Zeit auch, also bis heute Cashflow positiv an der Stelle, also wir haben wirklich immer mehr Geld gemacht, das wir irgendwie ausgegeben haben. und du warst darauf angewiesen, dass du Talente auch findest, die jetzt, sag ich mal, jetzt nicht gerade von Salesforce kommen oder von SAP mit sechsstelligen Einstiegsgehältern, das konnten wir uns einfach faktisch nicht leisten. Und wir haben es ab und zu mal, die solche Sachen uns aber auch mal geleistet haben, mal auszuprobieren, funktioniert es, funktioniert es nicht. Und ich muss echt sagen, wer für Geld kommt, gibt es ja auch den Spruch, geht auch für Geld. Der geht für Geld, ja. Und unser Treiber und der Treiber, den ich bei uns jetzt zumindest mal im Unternehmen etabliert habe, ist einfach, wir legen gemeinsam los, wir sind da, um Fehler zu machen irgendwo, wir lernen gemeinsam und ich bin die Person, genauso wie jeder andere hier in der Firma, ich bin vielleicht, sag ich mal, jemand, der das am Anfang etabliert hat, aber alle anderen setzen es genauso um, ob du eine Teamleiterperson bist, ein Director bist, ein Senior Director bist oder ein AI oder ein SDA sogar. Die Leute helfen sich gegenseitig, besser zu werden. Es wird Content, den man auf LinkedIn findet, intern geteilt und sagt, hey, guck mal, ich habe das und das gesehen oder das und das Video ist spannend, das sind jetzt meine Gedanken dazu. Also wir versuchen auch intern durch diese Inhalte die andere Person zu unterstützen. Da geht es jetzt nicht darum, hey, ich bin schon echt gut, ich gucke mal, dass ich mein Wissen beibehalte und den Rest aber nicht abhole mit dem Wissen, weil das ist etwas, was ich auch sehr häufig mitbekommen habe von anderen Unternehmen und das ist, glaube ich, auch so ein Key-Faktor für uns, den ich auch von anderen neuen Mitarbeitern mitbekommen habe, die früher in anderen Companies gab, weil ich gesagt habe, wir kommen jetzt eigentlich zu euch, wir werden das Gefühl haben, wenn ihr später rausgeht, in ein, zwei, drei Jahren vielleicht mal, dann haben wir im Endeffekt halt super viel gelernt und ich glaube, Learning ist wichtiger, vor allem auch in den jungen Jahren, wir haben ein super junges Team dann auch, ist viel wichtiger als irgendwie, wie du schon gesagt hast, 10.000, 20.000 Euro mehr zu verdienen, was du vielleicht bei größeren Konzernen mitbekommst mit Sicherheit, aber das sind andere Parameter, zumindest mal für mich und für das Team hier wichtiger gewesen. 100 Prozent, vor allen Dingen, das Schöne dabei ist, wenn du darauf Wert legst, ziehst du eigentlich dann auch ähnliche Leute an, die das gleich vertreten und hast dann automatisch genau das, was ihr dann jetzt habt, diese nachhaltige Kultur, auch eine Kultur, die von Teilen von Wissen lebt und das macht halt alle erfolgreicher und auch schneller in dem, was man tut. Also wenn ich jetzt mal ins Onboarding denke, etc. pp. Wenn Leute nur für sich sind und keiner hilft wem und dann hast du da einen, der anfängt oder ist ja komplett sich selber belastet oder jeder bietet proaktiv seine Hilfe an, Zwei Welten vom Onboarding. Mir ist gerade eben ein Spruch eingefallen, den ich vor kurzem mal von einem guten Bekannten von mir gehört habe, über das Thema Anpassungsfähigkeit. Jetzt nicht nur Vertrieb, sondern in allen anderen Bereichen irgendwo erfolgreich zu sein. Er hat mal einen Spruch gebracht, sei ein Gänseblümchen, keine Orchidee. Uwak, wenn du das hörst, das geht an dich. Was meint er damit mit diesem Spruch? Ich weiß nicht, ob er original von ihm stand oder ob er es selber irgendwo her hat, aber ich fand es sehr spannend, weil es einfach darum geht, ein Gänseblümchen, wenn du mal wirklich eine Straße anschaust, egal wie trocken, egal wie dunkel, egal wie strukturiert diese Straße ist, du findest überall aus den schwierigsten Gegebenheiten irgendwo Gänseblümchen rauskommen. Eine Orchidee musst du so lange hüten und pflegen und eine gewisse Luftfeuchtigkeit haben und nicht zu viel gießen, damit sie wächst. Und durch diese Anpassungsfähigkeit, weil vor allem auch im Sales so viele Sachen passieren aktuell in unsere Außendarstellung, ob jetzt irgendwelche Chat-GBTs reinkommen oder ob irgendwie der Kanal LinkedIn jetzt deutlich stärker genutzt wird oder ob es irgendwie, jetzt geht es wieder in Richtung Veranstaltung, Leute, die teilweise neu angefangen haben, wissen gar nicht, ob man auf Veranstaltungen geht. Ja, es wirklich, ja. Es verändern sich super viel und von daher, also diese Anpassungsfähigkeit und wirklich auch die Chance zu sehen, immer was zu lernen und nicht zu sagen, oh, jetzt schon wieder was Neues. Ich glaube, das ist auch so ein Parameter, der die Leute differenziert und wirklich einen Wettbewerbsvorteil darstellt. Definitiv. Also gerade dieses Thema, immer wieder neue Sachen adaptieren und gucken, wie können wir daraus halt am Ende des Tages auch Gewinn schlagen. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Und um mal jetzt rückblickend zu betrachten, du sagtest eben zwei Mitarbeiter gestartet, als du auf dem Schulium raus warst, war dir ungefähr sieben Mitarbeiter. Was würdest du sagen, sind so deine größten Learnings im Aufbau von einem Sales Team? Was ist dir so am meisten im Kopf geblieben von den Entscheidungen, die du getroffen hast und vielleicht, was würdest du auch anders machen? Es war tatsächlich eine andere Zeit. Es klingt jetzt irgendwie blöd, weil ich jetzt auch an sich ein relativ junger Typ bin mit 33, aber tatsächlich vor zehn Jahren war es eine andere Zeit, die wir Vertrieb gemacht haben. Wir haben vor zehn Jahren angefangen mit super viel Cold Calling, also Cold Calling Schule durch und durch. Später, dann irgendwie vor vier, fünf Jahren ist vielleicht jetzt LinkedIn noch stärker dazugekommen oder damals noch Sing. Aber ich finde auch vor allem auch im Sales, viele Leute fangen irgendwie an und sagen, ich möchte direkt, sage ich mal, ich möchte gerne Enterprise Sales Rap werden, weil ich gehört habe, dass es super ist. Die sind nicht durch diese harte Schule durchgegangen und ich bin der große Verfechter davon, man muss durch die harte Schule durchgehen. Ja, man kann super sagt, so viele Sachen smart machen, gar keine Frage. Ich bin jetzt nicht der, der immer nur sagt, geh mit dem Kopf durch die Wand, aber du musst dir irgendwie mal eine blutige Nase geholt haben, um herauszulernen. Vielleicht wird man gerade so, also ich grinse gerade richtig, weil, also ich weiß nicht, ob die Leute, ich weiß nicht, ob du kennst ja auch ein paar Kollegen von Vodafone. Ja. Und es gab das Gate bei Vodafone, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Also das ist der Inbegriff von blutiger Nase. Okay. Also da war Feldtraining die ersten sechs Wochen lang, also du bist rausgegangen, also hättest du keine, es gab eine Woche lang, konntest du Cold Callings machen, dir Termine liegen, hast du keine Termine gehabt, morgens ins Auto, ab ins Gewerbegebiet und erst um 18 Uhr wieder zurück und dann erst mal schön kurz. Damals hieß es Kundeninformationsbögen, musstest du dann KI-Bögen in der nächsten Anzahl mitbringen. Aber, also ganz ehrlich, das war die, das war eine der lehrreichsten Zeiten innerhalb von wirklich sehr, sehr, nein, eine sehr, sehr kurze Zeit, die ich hier gehabt habe. Bei den Marines gibt es ja die Hell Week. Wurde wirklich eine Woche lang getriegt, das ist zum Gehtnichtmehr, um da rauszukommen. Aber mir geht es jetzt vor allem mal darum, jetzt nicht mal, dass die Leute irgendwie eine schlechte Zeit haben. Mir geht es wirklich darum, die Leute mal an einen Punkt zu bringen, wo sie selbst Durchhaltevermögen beweisen müssen und kreativ werden können. Weil du wirst ja sehr häufig kreativ, wenn du halt in irgendeiner Stresssituation auch bist, die mal außerhalb von dem normalen Tagesgeschäft einfach passiert. Und ich fand das zum Beispiel super wichtig und ich würde es auch wirklich allen empfehlen, auch den Leuten am Anfang die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Wege auszuprobieren, natürlich auch einen gewissen Rahmen zu geben und Playbooks und so weiter da zur Verfügung zu stellen. Aber dennoch, es geht wirklich darum, hab Gespräche, red mit Leuten, nach denen du trainiert bist, mach nicht zu lange Onboarding, lass mal die Leute mal ein bisschen ausprobieren. Auch hier vielleicht eine Sache, wir haben teilweise auch Leute im Team gehabt, die Dinge besser konnten, als das Team, das wir vorab gehabt haben. Und da haben wir, weil ich jetzt gesagt hab, ey, probier mal aus, das ist der Rahmen, das ist das Produkt, das ist die Dienstleistung, das ist unsere Zielgruppe, überleg dir was, leg los und wir haben teilweise Inhalte, die diese Person dann entsprechend entwickelt hat für sich selber, haben wir dann auch aufs Team übergegeben. Weil du bist weg von diesem ganz fokussierten so machen wir das schon immer, sondern du kriegst Inhalte und das würde ich immer nutzen, vor allem auch bei Bewerbern, großer Tipp, wenn Bewerber anfangen, einfach mal interviewen, wieso bist du bei uns, was hat dich dafür geführt, das ist genauso wie bei Kunden wahrscheinlich weniger, wieso bist du bei uns, was denkst du, also wie würdest du anfangen jetzt aktiv zu werden letzten Endes, was würdest du dir wünschen, was sind deine Ziele und so weiter, aber primär so diese Feedback-Gespräche, nicht nur am Anfang zu machen, einmal, aber dann aber nochmal wirklich so wöchentlich solche Gespräche zu führen, was hast du gelernt, was ist vielleicht anders, als was du erwartet hast, aber ich sehe es immer aus der Unternehmensbrille, was können wir von der Person, die jetzt noch nicht Dealfront versaut ist, lernen, wie die Wahrnehmung nach außen dann funktioniert, weil die Leute sind ja sehr offen, die Leute wollen auch dann Feedback geben und können das dann in dem Moment auch. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne und das Wertvolle, dass Leute unvoreingenommen reinkommen und dir eine Sicht auf was geben, die du so vielleicht einfach gar nicht hast, weil du, wie du eben gesagt hast, die Unternehmens, die Dealfront-Brille auf hast an der Stelle. Was ich aber merke, ist halt, super viele Unternehmen sagen, wir können das doch schon am besten und wenn du reinkommst, wirst du genau das, was ich dir sage. Und die Vertaner vertun aktuell quasi eine riesige Chance an der Stelle, diese Informationen, diese Inhalte, diese Verbesserungsvorschläge auch wirklich für sich zu nutzen. Ja, weil, wie du auch eben gesagt hast, die Welt ändert sich. Also allein jetzt, was mit ChatGPT möglich ist, von Cold-E-Mails bis hin zu der Spuck-Di-A-Kunden-Listen kann er dir herausqualifizieren, etc. Also noch und nöcher und allein da mal auch nicht so einen Blick zuzulassen, weil da kann mir ja nicht jeder erzählen, dass er schon damit gearbeitet hat, sondern es kommen immer mehr Sachen, immer mehr Sachen. Das ist fatal, weil viele machen immer noch erfolgreich Vertrieb, wie vor ein paar Jahren, aber ich glaube, nicht so effizient, wie es eigentlich geht und lassen sehr, sehr viele Chancen links und rechts liegen. Ja, 100 Prozent. Ich denke vor allem auch, sage ich mal, was Trainings angeht, eine Sache, die ich dann auch damals gelernt habe, schnell versuchen, Trainings zu standardisieren, zu dokumentieren. Und das vor allem halt auch bestmöglich in Videos zu machen. Wir haben jetzt natürlich mit der Größe des Unternehmens auch ein RevOps-Team aufgebaut, wir haben ein Sales-Labelment-Team jetzt aufgebaut. Das gab es alles aber vor einem Jahr noch nicht. Wir hatten damals als Echo-Bot größer und 120 Mitarbeiter, als wir gemerged sind. Bis dahin hatten wir so etwas nicht im Einsatz und damals war mein Team sogar noch ein bisschen größer und das ist halt extrem zeitaufwendig, wenn du da wirklich Trainings immer wieder machst. Deswegen haben wir da so eine Art Content-Library aufgebaut, aber das Ganze richtig zu pflegen war auch ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt neue Tools eingeführt, mit denen man es halt deutlich einfacher gehen soll mit solchen Sales-Enablement-Tools, um Content richtig zu ja, distribuieren an die richtigen Stellen. Aber das würde ich wirklich jedem empfehlen. Macht ein richtiges Playbook. Richtiges Playbook heißt also wirklich einzelne Prozessschritte im Sales zu betrachten, die Leute auch darauf hingehen zu trainieren. Immer wieder wirklich reingehen und versuchen dort Feedbacks einzubauen dann immer. Also ausprobieren und immer wieder validieren, ob das so funktioniert, wie es wirklich auch überlegt war am Anfang. Calls mit Kunden aufnehmen. Wir machen, also unser Prozess ist quasi Erstgespräch, meistens ist es ein Discovery-Call, danach gibt es eine Präsentation beispielsweise, wo wir die Lösung vorstellen, die wir uns überlegt haben und verschiedene weitere Follow-up-Gespräche. Alleine diese Discovery-Call und diese Demo, von denen haben wir größer in unserer Datenbank 6, 7, 8.000 Calls in den letzten Jahren aufgebaut. Das ist eine Goldgrube fürs Onboarding. Weil du in dem Moment nicht Trainings-Calls hast, sondern du hast Calls mit wirklich wahren Kunden. Welche Fragen kommen auf? Wie kann ein Mitarbeiter bestimmte Fragen klären? Wenn mich einer fragen würde, hey, Salesforce-Integration von Dealfront, kann ich natürlich erklären und ein PDF schicken und sagen, guck mal, so geht das. Oder ich sage, Video X von Minute 17 bis Minute 19 erkläre ich es den Kunden, welche Fragen können dabei aufkommen. Also ganz, ganz anderes Look und Feel dahinter. Finde ich gut, weil ich habe gerade so ein bisschen auch drüber nachgedacht, weil ich dachte, jetzt kommt ehrlicherweise, ihr nehmt die Calls auf und dann, um Feedbacks zu generieren, um auch besser am Kunden zu werden, aber direkt auch diese Sachen fürs Onboarding zu verwenden, hätte ich das nicht mitgerechnet, ehrlicherweise. Finde ich halt einen smarten Move halt auch, um den Leuten direkt die Praxis mitzugeben, weil wie machst du es ansonsten? Du versuchst ein Shadowing zu organisieren, schickst die dann mit und so kann er shadowen, in Anführungsstrichen, abends auf der Couch, übertrieben gesagt. Also das ist schon... Also wir haben das wirklich auf ein Level höher nochmal gebracht. Wir haben jetzt gesagt, also die Calls werden alle aufgenommen, wenn der Kunde zustimmt, natürlich alles auch da, DSGVO und vor allem, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte am Anfang Befürchtungen gehabt, dass die Leute es nicht akzeptieren und sagen, ich möchte nicht aufgenommen werden. Was denkst du, wie hoch war die Quote von Leuten, die gesagt haben, nein, danke? Oder beziehungsweise andersrum, wie viele haben wir aufgenommen von 100 Prozent? Wie viele waren es? Also ich gehe jetzt davon aus, aufgrund der Fragestellung, dass die Quote relativ hoch ist. Das kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie du die Frage stellst, dass die, ich sage mal, Kunden es wahrscheinlich einfacher haben, zustimmen als abzulehnen. Und ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich über 90 Prozent. Ja, es waren aber 94 Prozent der Leute, die wirklich zugestimmt haben. Und klar, nach außen kommunizierst du natürlich, wir nehmen das Gespräch auf, weil damit ich es dir danach zuschicken kann, damit ich mich auch nicht aufs Notieren, sondern im Endeffekt auf dich als Kunden vorbereiten kann und fokussieren kann. Danach kannst du intern auch teilen. Also wir haben super viele verschiedene Prozessschritte vereinfacht, optimiert, mussten weniger Präsentationen machen, weil du auch da wiederum, du machst mit einem Ansprechpartner eine Präsentation, der sagt, ich hätte gerne jemand anderen dabei gehabt, aber der ist leider erkrankt, kannst du nicht nochmal eine Demo machen. Solche Themen hatten wir halt früher auch gehabt. Und jetzt sagst du, guck mal, hier ist ein Recording, nimmst du mit, kannst es ihm zeigen und dann gehen wir halt wirklich in ein Folgegespräch und sparen uns einen weiteren. Also es gibt verschiedenste Mehrwerte dahinter, aber für mich war so eine der wichtigsten, in solchen Plattformen, die es da draußen gibt, kannst du halt Feedbacks geben, du kannst Trainings geben. In die Minute, in die Sekunde genau kannst du quasi einen Call, zum Beispiel wir machen jetzt ein Verkaufsgespräch, du und ich und danach sage ich, ey, mein lieber Teamleiter beispielsweise, gib mir bitte ein Feedback darauf. Dieser Teamleiter strengt sich super an und er analysiert unser Gespräch komplett durch, hat für Minute für Minute Feedbacks drinstehen. Ich kann natürlich auch als Verkäufer diese Information nutzen, zu sagen, boah, cool, vielen Dank, setz dich anders um. Ja. Als Manager kannst du sagen, ey, wäre es in Ordnung für dich, wenn wir das Feedback auch mit dem Team teilen. Dann nimmst du einen komplett aus deiner genommenen Termin und sagst, liebe Freunde, hier, guck mal, ein Termin, da ist Feedback schon mit drin, du siehst das Kundengespräch, du siehst die Mimikgestik des Kundens dahinter und hast halt eine komplette Dokumentation, wie man es richtig macht. Also supergeil. Mega gut, vor allen Dingen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also früher, wir machen es, ich teilweise leider immer noch situativ, es sei denn, man geht zusammen in Termine rein, was online ja mittlerweile schon entspannter ist. Früher Besuchsbegleitung, mitgefahren, total schwierig, logistisch zu organisieren. Aber was ich immer auch noch erlebe ist, und da wird es mit Sicherheit ganz, ganz viele da draußen auch noch geben, du redest immer über, also die Wahrnehmung von dir zum Beispiel, wenn du in einem Call sitzt und wir dann nachher ins Dealcoaching gehen, dann gibst du deine eigene Wahrnehmung wahr. Aber ist es wirklich die Wahrnehmung, die der Kunde auch hatte, das kannst du ja gar nicht irgendwie feststellen, weil du über eine dritte Person sozusagen sprichst, die sowieso nicht mehr an dem Tisch sitzen wird. Und das kannst du halt viel besser machen, indem du, wie du eben gesagt hast, nimmst den Call auf, du kannst halt viel, viel besser coachen. Ich habe vor einem Monat, vor einem Monat, glaube ich, mit einem Anbieter gesprochen für den Bereich, der Videocalls analysiert in Echtzeit. Und nach einem Videocall auf Basis der Mimikresonanz analysiert, bist du eigentlich Die Dealwahrscheinlichkeit. Genau. Also bist du eigentlich jetzt gerade mit der Person, wenn du eine Präsentation von Folien hast, wo gibt es Dissonanzen, dass der Kunde entsprechend auf einmal irgendwie negativ reagiert anstelle von positiv dass deine Präsentation auf sich, also jetzt ist super krass, dass die in der heutigen Zeit verfügbar sind für wenig Geld. Muss man natürlich auch einführen, muss man natürlich auch dann trainieren. Aber an sich, ich glaube, es gab noch nie eine Zeit, in der es technologisch einem auf der einen Seite so einfach gemacht wurde, erfolgreich zu sein. Super viel freien, kostenfreien Content da draußen, wo du wirklich auch Sachen lernen kannst. Auf der anderen Seite aber auch super schwierig, weil jeder im Wettbewerb steht und du letzten Endes halt auch dann gegen deutlich stärkere Wettbewerber innerhalb deiner Workforce aktiv werden musst. Ja und diese, also was ich manchmal den Eindruck habe, ist, dass die Leute sich dann zu sehr auf einen Top-Template vielleicht verlassen und dann gehen so ein bisschen diese Skills, die früher noch viel gefragter waren, die sind heute immer noch total wichtig, die gehen aber so etwas unter, weißt du, dass die Leute denken, okay, das brauche ich halt heute gar nicht mehr so viel, aber es macht halt gerade bei den wertigen Deals schon immer noch den Unterschied und dann vergessen manche Leute, das merke ich immer auch, dann doch mal den Bogen noch mal zum zum Beispiel Vor-Ort-Termin zu spannen, weil sie aus der Bequemlichkeit her sagen, okay, es funktioniert ja alles online, aber dann gerade, wenn du sagst, okay, der Deal, ich sag mal, eine halbe Mio können wir machen, eine Mio oder so, da fahren wir jetzt mal vor Ort hin, da ist dann manchmal dieses Thema, wo ich dann merke, okay, das fehlt an manchen, so dieses Fingerspitzengefühl, dieses Feeling dafür. Wir haben tatsächlich in der Vergangenheit, wir machen ein High-Quantity-Game bei uns, wir gehen jetzt immer mehr jetzt Up-Market, bedeutet, verkaufen jetzt auch im Endeffekt Deals an größere Kunden sowieso, aber im Endeffekt aber auch größere Deals dahinter und wenn wir jetzt über sechsstellige, höhere sechsstellige Beträge reden, fahren wir dann auch raus, aber alles, was irgendwie mit fünfstellig oder kleineren fünfstelligen Betrag, da lohnt es sich einfach faktisch nicht einen Außendienst haben, das heißt, wir haben alle meine Leute, sind Inside-Sales-Manager, die machen den gesamten Sales-Business vom Erstkontakt der Lead-Generierung bis hin zum Abschluss alles komplett online und aus Unternehmenssicht eine super flexible und einfache Möglichkeit ist umzusetzen, aber auch da, wie du schon gesagt hast, es gibt viele Sachen, die man richtig machen kann, aber auf der anderen Seite sitzt du einfach, Mensch, das darf man einfach nicht vergessen, sobald du in so einen Trichter drin bist, denken die Leute so langsam, okay, gut, das ist irgendwie so eine Maschine auf der anderen Seite, wenn ich das mache, passiert das, das lernen sie ja im Training, aber wenn die merken, aber dann nicht, okay, gut, dieses Fingerspitzengefühl, das du jetzt gerade gesagt hast, das man auch teilweise über Jahre lernt, deswegen, das geht einfach verloren. sobald, also was ich zum Beispiel letztens sagt, wie gebe ich es am besten wieder, genau, also zum Beispiel, du hast Strukturen, da sagst du, okay, ab einer gewissen Größenordnung, wo du eben gesagt hast, gehen die Leads in den Insight Sales, ab einer gewissen Größe gehen sie dann vielleicht zu den AEs, also zu den Leuten, die dann noch zum Kunden direkt fahren, aber was du dazwischen nicht hast und da musst du halt, und da findet manchmal auch dann so diese, ja, einer hat mal gesagt Magie statt, ist jetzt nicht so krass, aber ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber es gibt halt auch kleinere Sachen, wo du vielleicht Riesensachen draus machen kannst, wo Anfragen liegen für eine Kleinigkeit, wo du aber als Vertriebsprofi siehst, okay, da können wir wesentlich mehr halt rausholen und das ist halt das Problem, was da manchmal in so starren Strukturen, was dann halt nicht möglich ist und das ist natürlich auch super schwer, das zu beziffern, was einem da durch die Lappen geht. Opportunitätskosten in dem Bereich ist es super schwierig, aber ich glaube, das kriegst du schwierig raus. Ich glaube, auch da wiederum hilft es, die Leute dieses Ownership klar zu machen, wenn sie sagen, hey, ich habe das Gefühl, es macht Sinn, da darfst du als Führungskraft an sich jetzt nicht sagen, mach das nicht, sondern sagst, probier es aus, check es mal aus, ob es funktioniert, wenn es funktioniert, können wir es gerne später weiter umsetzen, ansonsten haben wir gelernt, was da nicht funktionieren kann. Alleine diese Flexibilität zu geben, ist, glaube ich, ein unheimlich wichtiger Faktor. Ja, super wichtiges Thema, dass die Leute einfach von sich aus selber mit reingehen und diesen Wert dann auch fürs Unternehmen erkennen und nicht sagen, oh nee, ist nicht mein Beritt und schieben wir mal weiter. Vielleicht noch eine letzte Sache, die ich vielleicht, und das ist vielleicht, sag ich mal, der Counterpart dazu, zu dem Positiven, was man irgendwie so mitnimmt, was ich vielleicht auch noch gelernt habe, ist, Leute loszulassen, Leute gehen zu lassen und wirklich, das, was ich vorher so einfach mal die über meine Lippen gebracht habe, die ersten sechs Monate sind für beide Seiten da, um zu gucken, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Wenn du in der Situation bist, das ist scheiße schwierig. Wenn du dir eine gewisse Beziehung aufgebaut hast, du hast ein Team, vor allem auch, wenn du jetzt nicht so arg viele Leute hast, aber irgendwie so sechs, sieben, acht, zehn Leute und du kriegst im Endeffekt eine Person mit dazu, die sich auch schon Beziehungen innerhalb des Teams aufgebaut hat, dass man dann die Person gehen lässt und nicht versucht, auf Biegen und Brechen, das habe ich echt eine ganze Weile lang gemacht, versucht, jede Entscheidung, die ich manchmal getroffen habe, auf Biegen und Brechen zu validieren und diese Person zu trainieren, die Deals teilweise selbst zu closen für die Leute, damit einfach man sagt, ey, nee, die Entscheidung von früher war richtig und das ist etwas, was ich jetzt in Zukunft oder quasi, wenn ich mir einen Tipp für die Vergangenheit geben würde, anders machen würde, weil das ist etwas, da gehen die Leute kaputt und da wirklich auch ein ganz offenes Gespräch zu führen, hey, wir haben beide damals die Entscheidung getroffen, das muss ausprobiert, aktuell sieht die Sachlage folgendermaßen aus, von meiner Seite aus macht das aktuell gerade wenig Spaß, wie siehst du das und das hat wirklich, als ich diesen Mindshift im Endeffekt im Kopf gemacht habe, sind da ganz andere Gespräche rausgekommen, ab und zu waren beide Seiten noch wirklich an dem Punkt, wo die gesagt haben, ey, du hast vollkommen recht, ich habe mich eigentlich nicht getraut zu sagen, dass es nicht funktioniert, danke dafür, mal anders war es wirklich nochmal ein Push zu sagen, okay gut, man muss was da ändern. Ich finde manchmal, es klingt so banal, aber respektvoll, ehrlich, ein respektvolles, ehrliches Gespräch bewirkt manchmal, ja, Wunder, übertrieben gesagt, aber bewirkt manchmal viel, viel mehr, als man denkt und dann ist es dann doch, das ist das Thema Kommunikation, einfacher, als man sich das vorher vielleicht auch vorstellt in gewissen Situationen. Bei manchen Dingen bin ich halt überzeugt, dass man natürlich, die Sachen müssen auffallen, klar, wenn die Zahlen nicht stimmen, wenn man irgendwie Deals, die eigentlich schon ziemlich sicher waren, slippen lässt oder halt irgendwie eine, ein gewisser Prozess nicht eingehalten wird, der ist sehr nicht, also solche Sachen sind klar, aber es gibt bestimmte andere Dinge, die vielleicht einfach immer so ein blinder Fleck sind und ich finde halt, die Rolle einer Führungskraft ist nicht nur hinzugehen und zu sagen, das machst du schlecht, das machst du schlecht, das machst du schlecht, sondern zu überlegen, an welchen Punkten gibt es natürlich Optimierungsmöglichkeiten, Feedback zu geben, aber ich bin ein großer Freund davon, wirklich am Anfang immer nach Feedback zu fragen und zu sagen, willst du eigentlich ein Feedback haben, Punkt Nummer eins, alles was offensichtlich ist, ist es relativ klar, mein Job ist es quasi zu suchen, wo ist der blinde Fleck, in dem der Mitarbeiter eigentlich gar keinen Plan hat, dass irgendwas schief läuft und zum Beispiel hat er gar nicht auf dem Schirm, dass bestimmte Sachen einfach gemacht werden und du sagst das eben und dann sagt er, boah, stimmt eigentlich, hast du recht und das ist ein großer Wow-Effekt, den man immer so merkt, weil jeder versucht, irgendwie Feedback zu geben, ungefragt, das aber nicht so gut funktioniert, wenn du mal wirklich darauf achtest und mal erstmal nach Möglichkeiten suchst, wirklich diese blinden Flecken und mal die Leute darauf hinweist, ab und zu mal hat das zu sehr, sehr großen Erfolgen danach geführt. Ja, also kann ich absolut bestätigen, weil gerade dieses Thema auch, das eine ist zu denken, davon auszugehen, immer von Sachen, das andere ist drüber reden und wie du eben gesagt hast, die Leute auf ihre blinden Flecken hinzuweisen, weil ich sage, also gerade wenn du zum Beispiel juniorige Leute reinholst, bei dir kannst du halt nicht davon ausgehen, dass sie alles wissen, dass sie wissen, wie sie einen Deal closen, dass sie wissen, wie sie ein Buying Center analysieren, also Sales-seitig, dazu kommt noch Produkt-seitig, dann musst du nochmal, ich sage mal, selektieren eigentlich zwischen ich bin im Termin und close einen Deal, also andersrum, ich nenne es mal Sales-Seitig, je nachdem, in welcher Station du bist, fällt es den Leuten auch unterschiedlich schwer, in der Akquise, im Closing, vielleicht im After-Sales, wo auch immer und wenn du da halt nicht den Leuten diesen blinden Fleck aufzeigen kannst, dann kannst du ja auch nicht erwarten, dass sie irgendwie besser werden, weil ich meine, am Ende, wenn du einen Juniorigen reinholst, dann musst du auch damit rechnen, dass der noch nicht alles auf dem Kasten hat. Das ist ja im Endeffekt auch das Gute an der Geschichte, also häufig ist es ja auch schwierig, den Leuten irgendwas auszutreiben, was ja dann einfach nicht faktisch nicht funktioniert, aber ja, das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man jemanden einen Juniorigen reinholt, da gibt es Konsequenzen, denen muss man Sachen beibringen, dann muss man auch die Zeit auch nehmen, der Person Trainings zu geben, beispielsweise, oder halt jemanden dranzusetzen, bei dem er was lernen kann, an der Stelle, das wird, glaube ich, auch häufig nicht so wahrgenommen oder diese, ich sage jetzt mal, diese Verantwortung nicht wirklich gut gelebt. Definitiv. Michael, wir sind fast am Ende angekommen. Zum Schluss möchte ich noch eine Frage stellen. Keine Ahnung, ob es da eine optimale Antwort drauf gibt. Ich stelle sie trotzdem. Was ist für dich die optimale Teamkonstellation in einem Sales Team, wenn wir jetzt angenommen sagen, wir haben zehn Mitarbeiter, was für Typen musst du haben, was für eine Ausgewogenheit von Performance musst du im Team haben. Zehn Typen, die im Sales sind oder in der gesamten Firma? Im Sales Team. Sales Team alleine. Aus meiner Sicht brauchst du, also wenn wir jetzt wirklich mal auf die Rollen schauen, du hast jetzt beispielsweise Leute, die, also, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil das ist mega schön, weil die ist halt, du hast halt, also, so viele Konstellationen. Aber ich versuche so ein, vielleicht so eine kleine Blaupause daraus zu kreisen. Ich mache mal, ich mache mal generalistisch vielleicht. Generalistisch gesagt, du brauchst im Team ein bis zwei Leute, die Treiber sind. Also, viel, viel besprochenen A-Player an der Stelle, die wirklich Gas geben können. Und zwar geht es jetzt wirklich nicht darum, dass die nur gut sind, weil du gute Zahlen erwirtschaftest, sondern weil die einfach auch den Leuten zeigen können, was funktioniert. Wir können auf der einen Seite ein Rolemodel sein, auf der anderen Seite zeigen, hey, es gibt diese Grenze, aber wir haben diese Grenze gerade übersprungen. Fun Fact aus der Vergangenheit, wir haben früher nie gedacht, dass wir sechsstellige Deals closen können. Hat es einer gemacht, auf einmal sind danach einige neue Deals geclosed worden, die über sechsstellig waren. Einfach nur, weil man es gezeigt hat, dass es funktioniert. Und genau das Gleiche kann man im Team einfach erwirtschaften. Also mindestens mal zwei Leute, du hast ja normalerweise irgendwie 20 Prozent, hast vielleicht irgendwie 40, 50 Prozent, die Mittelfeld sind, oder ein paar Leute, die eher sagen, C-Player sind. Also das würde ich auf jeden Fall immer sagen, versuch die Leute, die bei diesen 20 Prozent sind, zu fördern, viel Aufmerksamkeit zu schenken, die Leute noch besser zu machen. Weil auch hier, die Leute, die aus dem Mittelfeld, werden immer gucken, dass diese Personen, wie die Personen behandelt werden auf der einen Seite, wie viel Aufmerksamkeit geschenkt wird auf der anderen Seite. und die werden das im Endeffekt dann lernen. Das wird so ein positiver Trend dahinter sein. Auch das habe ich in der Vergangenheit falsch gemacht. Ich habe mich, nicht ausschließlich, aber zum sehr, sehr großen Teil auf die Leute, die im C-Bereich sind, konzentriert, weil ich sage, es kann doch nicht sein, dass die wirklich so weit weg sind. Wie kann ich die besser machen? Besser machen, was würde ich jetzt nicht mehr machen, sondern ich würde mich wirklich auf das Mittelfeld und die Top-Player fokussieren. Auch das machen super viele Unternehmen falsch. Das ist um ein großes Learning. Das wäre jetzt eigentlich mal so die Aussage, wenn es um die Skill und die Personen eigentlich angeht. Alles andere wäre, glaube ich, zu spezifisch. Falls ihr dazu eine Frage habt und ihr irgendwie sagt, ey, das ist etwas, was mich jetzt interessiert, individuell für meine Firma, kommt gerne einfach auf LinkedIn zu. Es kommt darauf an, ob ihr ein SDA-Team habt, AI-Team habt, AM-Team habt, irgendwelche Sales-Engineers habt. Das ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Aber ich finde, also, aber ich finde, da ist schon mal so ein, da hat sich was herauskristallisiert, weil die Frage ist echt nicht einfach. Aber was du eben gesagt hast, du hast dich zu sehr auf die C-Player konzentriert, ist, glaube ich, was du eben auch gesagt hast, das machen wirklich viel zu viele, weil, das sagen auch viele Coaches, die vorne sind, die brauchst du nicht besser machen, weil die sind gut. Du musst so sehen, dass du eine ausgewogene Performance reinbekommst und dein größter Hebel ist, die Leute, die nicht performen, in die Performance zu bringen. Das heißt, du hast mehr. Was ja eigentlich erstmal logisch ist, aber die Frage ist, die sich wenig stellen, sind diese C-Player eigentlich überhaupt irgendwann mal in der Lage, B oder A zu werden oder ist das vergebene Mühe? Und du hast öfters eigentlich die Antwort, nein, sie sind nicht in der Lage und deswegen ist es vergebene Mühe. Ich denke, die eine Sache ist, als Arbeitgeber musst du gewährleisten, dass jeder auf die gleichen Inhalte Zugriff hat. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es kann jetzt nicht sein, dass du sagst, die C-Player, die unterstütze ich gar nicht mehr und die haben auch keinen Content, keine Trainings dahinter und ich trainiere nur noch B-Player und A-Player. Das wäre halt einfach unfair. Wenn aber die Leute auf dieselben Inhalte Zugriff haben und wenn du teilweise halt einfach Trainings machst, dass du quasi innerhalb dessen, in dem gesamten Team es teilst und es kommt wirklich dann noch darauf an, nutzen die Leute die Chance, das zu tun. Wenn die Antwort nein ist, dann hast du eigentlich deine Antwort, ob die Leute mit dir in Zukunft erfolgreich sind. Mein Game war immer, und wer das vielleicht auch hier in der Kamera oder auf Video sieht, man kennt vielleicht den Simon Sinek, dieses Infinite Game, Infinite Game, wo es halt wirklich darum geht, jetzt nicht mal kurzfristig was zu machen, sondern was langfristiges aufzubauen. Das ist einfach meine, sag ich mal, Philosophie, mit der ich meine Teams aufgebaut habe in der Vergangenheit, wo es nicht darum geht, jetzt irgendwie ein kurzfristiges Jahresziel zu erwirtschaften, sondern halt wirklich zu gucken, wie kriegt man die Teams, die Person immer ein Stück weiter, besser zu werden. Das wenig Blabla dahinter, sondern wirklich faktisch loszulegen und denen halt wirklich diese Infrastruktur zu geben, damit sie wachsen können. Und das ist etwas, was halt unheimlich häufig einfach verloren geht, weil du guckst dann wirklich nur noch die Ziele an. Menschen, die dahinter stecken, sind eigentlich nur ein Weg dahin. Und wenn es funktioniert jetzt heute nicht, dann bist du raus, funktioniert morgen, brauchst du immer neuen. Also diese Kurzfristigkeit war bei mir nie drin. Und da bin ich auch relativ froh, darum ehrlich zu sagen. Sehr cool. Michael, super Schlussworte. Ich muss sagen, wir haben leicht überzogen, aber ich glaube, echt eine richtig gute Folge mit vielen Inhalten und viel Input, auch gerade zum Thema Aufbau Sales Teams plus so deine Learnings im Leadership, die da sich herauskristallisiert haben. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir. Hat mir echt sehr viel Spaß gemacht und das letzte Wort gebührt wie immer dem Gast. Vielen lieben Dank. Letztes Wort, vielleicht ein paar Punkte. Punkt Nummer eins, wer gerne mehr erfahren möchte zu mir als Person, Fragen hat, auch innerhalb seines Unternehmens oder wenn du irgendwie Head of Sales, VP Sales, Teamleiter Sales, wie auch immer bist und Führung innerhalb eines Teams machst, komm gerne auf mich auf LinkedIn zu. Ich denke, mit Sicherheit wird irgendwo mein Name in den Shownotes erscheinen, von dem her gerne darüber suchen. Da können wir uns gerne im Austausch mit der Zeit ist. Ansonsten, falls ihr Interesse an der Firma Dealfront habt, bei uns auf der Webseite gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich ein Test-Dicount zu erstellen. Also probiert euch aus, wenn ihr im Dachmarkt beispielsweise aktiv seid in Europa und ansonsten, wir suchen quasi durchgängig ein neues Team im letzten, knapp, wie viel sind das jetzt, August letzten Jahres haben wir größer und jetzt 90 neue Mitarbeiter eingestellt. Viele andere Unternehmen, also in unserer Größe ist es, glaube ich, ein ganz okay Prozentual, viele Unternehmen entlassen, Mitarbeiter, weil sie irgendwo eine gewisse Vielkalkulation haben. Wir sind da ein bisschen anders gestrickt von immer, wenn ihr irgendwo Interesse habt an einem wachsenden Unternehmen, schaut euch einfach gerne bei uns auf den Jobseiten um. Ich freue mich drauf, dann in die Kommunikation zu gehen. Das war unsere aktuelle Folge. Wenn dir die gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und folg uns auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und vergiss nicht, bei Spotify die Glocke zu aktivieren. Und falls du Bock hast, uns auf weiteren Social-Media-Kanälen zu folgen, dann schau doch mal in die Shownotes, da wirst du fündig. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.